Hitzewallungen, Wechseljahre, hier kommt der eigentliche Grund. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Selz, ich beschäftige mich viel mit den bioidentischen Hormonen, mit Migräne, mit Frauengesundheit. Und häufig wird ja gesagt, die Wechseljahre oder die Hitzewallungen in den Wechseljahren haben damit zu tun, dass man einen Hormonmangel hat, dass man Progesteronmangel hat, dass man Östrogenmangel hat beispielsweise. Aber in Wirklichkeit ist es nicht der Auslöser für die Hitzewallung, denn die Hitzewallung kommt häufig dadurch zustande, dass der Körper diesen Hormonmangel registriert und dann gegensteuert. Und diese Gegensteuerung, die sieht so aus, dass er dann letzten Endes Steuerhormone ausschüttet. Und diese Steuerhormone, die schieben die Hormonproduktion dann mal zeitweise nochmal richtig an für ein paar Sekunden, für ein paar Minuten. Und das ist dann häufig, wenn die Frau merkt, dass die Hitzewallung so hoch steigt und hoch kocht. Also es ist zwar als Gesamtursache eher der Progesteron- und Östrogenmangel, aber dann, wenn die Hitzewallung kommt, wird es vermutlich eher der Steuerbefehl sein, an die Hormondrüsen hier endlich Hormone wieder auszuschütten, was dann der Frau letztlich sehr, sehr unangenehm ist. Deswegen gibt es auch nicht so die direkte Soforthilfe. Man muss sich das Hormonsystem anschauen. Man sollte pflanzlich vielleicht mit bioidentischen Hormonen unterstützen, wenn man darunter leidet. Mehr Infos verlinke ich hier unten, gibt es in meinem Frauenkurs, Frauengesundheitskurs Female Balance. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.